Ohhhhhhhhhh Hallo meine Freunde der schlechten Unterhaltung und Kartoffeln und Co Ich habe mich heute wieder dazu bewegen, eine Runde Five Nights at Freddy's zu spielen, mir ist aber ein kleines Missgeschick passiert, das heißt, ich bin statt auf Continue auf New Game gegangen. Und, ja, ich habe zwar jetzt schon die erste Nacht wieder gespielt, aber wir müssen die zweite nochmal wiederholen. Ich hoffe, da kommt ihr mit Leben und ich auch. Ich hoffe, ich werde überleben und ich fange einfach mal an. Ja, die erste Nacht war nicht so schlimm, weil ich wusste, ich wusste ja, was passiert. Ich habe halt auch die erste aufgenommen, nur mir ist da irgendwann nach und nach zehn Jahren aufgefallen, dass mein Audioaufnahmeprogramm gar nicht aufnimmt. Das war ein bisschen doof. Aber jetzt nimmt alles auf. Das war auch gut so. Oh, und ab geht's. Ja, er ist schon weg, oder was? Boah, alter. Drecksvieh. Also, einer ist weg. Er ist noch heute am Vorhang. Der ist da. Boah. Super. Scheiße. Kackspiel. Das Gute ist, man muss es nur mit einer Hand bedienen. Und ich brauche keine Angst zu haben. Also, ich kann mich hinter der anderen Hand verstecken, sozusagen. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Er ist weg. Da steht er. Der zweite ist auch weg. Da steht er. Gut, links und rechts kommen schon mal die beiden. Da steht er. Da steht er. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Er ist. Wie schnell ging das, bitte? Boah, was? Ich hab mich... Ich hab da nicht mit gerechnet. Ich hab nur irgendwelche... Boah. Boah, das ging doch schnell. Da hab ich nicht mit gerechnet. Ein Glück hab ich nicht rumgeschrieben gerade. Ach, du Scheiße. Ja, die laufen... Wie soll man das... Alter. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich will gar nicht die Facecam sehen nachher. Ich muss mir unbedingt mal eine bessere zulegen. Oh nein, ich hab's minimiert. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Ich bin da noch auf. Ja. Ähm. Da ist eins. Eins, zwei. Ich weiß schon, warum ich dieses Spiel so selten spiele. Ich weiß es einfach. Oh, geht aus. Gut. Er ist noch da. Wo ist der andere, Brody? Da steht er. Mein... Wir haben jetzt eins. Wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Meine Fresse. Wo ist der gelbe, ist der gelbe Brody immer noch da oben? Ja. Gut. Gut. Ein Brody, zweiter Brody. Jetzt hab ich voll Panik jetzt. Jetzt kann ich auch die Zeit nicht mehr sehen, weil ich mich eben so erschrocken habe, ey. Brody, zweiter Brody, zweiter Brody, zweiter Brody, zweiter Brody. Und wir haben immer noch eins. Oh mein Gott. Brody, zweiter Brody, zweiter Brody. Brody, zweiter Brody, zweiter Brody, zweiter Brody. Brody, zweiter Brody. Oh Mann, ich hab schon wieder minimiert. Fuck, dann kann ich auch kurz die anderen ganzen Sachen öffnen. Bitterleb' ich noch, bitterleb' ich noch, bitterleb' ich noch, bitterleb' ich noch, bitterleb' ich noch. Oh, aber das Licht. Oh mein Ach. Gut. Da ist Brody, zweiter Brody, zweiter Brody. Ist er nicht mit dem Brody da? Nein, der ist noch da. Alter. Das war eben richtig Abfuck. Brody 1. Da steht einer. Oh no. Gotcha, bitch. Er will sich nicht bewegen. Nein, ich komme immer außerhalb des... Meine Fresse. Bitte lebe ich noch. Hä? Ich kann nichts mehr machen. Nein, ich habe es minimiert. Nein, ich habe es geschlossen. So, willkommen zurück bei Five Lanes at Freddy's. Ich habe eben zu Party Escape gedrückt. Verhause zu beruhigen oder halt das wieder hinzupeken. Und jetzt... Ja. Dann schließt sich das Spiel. Weil es kein Verhausemenü gibt. Und jetzt... Muss ich nur mal von vorne anfangen. Die Nacht zwei. Dann kommt es nicht zur Stimme. Ich bin immer noch voll rausgekommen. Irgendwie ein Ding am Anfang. Ja, ja. Stil. Ja, das geht genau. Ja. Awesome. Hier ist schon wieder vorne. Also, ja. Da steht da. Ne, warte. Wo ist der Chicken? Wo ist der Chicken? Wo ist der Chicken? Wo ist der Chicken? Wo ist das beschissene Kackhund? Da ist der Wunder, Wunder oder Wunder? Wunder. Wunder. Oh Gott, ja. So. Den habe ich. Da ist er jetzt? Da muss er hier wechseln. Er ist da. Da ist er, da ist er. Ey man. Da ist er. Wo ist der Schick? Wo ist der Schick? Ne, ich will das nicht bespielen, ey, ich will nach der Runde überschauen. Ich will das nicht bespielen. Wer denkt sich denn so ein krankes Spiel aus, man? Eins, zwei. Scheiße, Mann, das ist der Zeit, die Zeit ist so langsam vorbei. Ich hab nur noch seh... Ich bin natürlich immer zu pissen, wenn er das ist. So was finde ich richtig creepy. So was ist doch richtig kassi. Neuer jetzt. So eine Stunde... Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Der ist immer noch in der Küche. Ich kann gar nicht so viel dazu reden. So lange ich den Arm nicht sehe, aber ich höre, dass er in der Küche ist. Der ist immer noch in der Küche. Komm ja im Regal. Ja. Der ist immer noch in der Küche. 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 Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der andere? Da ist er. Wo ist er? 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 Er ist immer da. Er ist da. Ich glaube es gibt noch drei. Es gibt drei oder vier. Komm es ist immer noch vier. Das war so. Wie? Jetzt neulich. Wer hat 6 Uhr? Ich halte euch auch. Ok. 1.. 2.. 2.. 2 .. Noch ist keiner bei mir. Fünf ist es fünft, äh es ist fünft. Ich mach nur eine Stunde, wo man fassen muss. Eins, eine Stunde, zwei, drei. Yo, 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 das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Google ist da der Vorhang. Da ist er im Nebenraum. Alles gut. Wie schnell die sich im Kackladen bewegen können. Ich könnte theoretisch auch einfach beide Türen zu machen. Da ist er. Da ist er. Erster. An der Stelle. We are safe. Das ist sowas von safe. Ja. Ja. Komm schon. Komm schon jeden Moment. Ja. Und trotz Panik haben wir die zweite noch geschoben. Nach drei. So gut, das war's für diese Folge. Gleich mal noch die Endcard. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Aber das werde ich gleich alles nochmal erwähnen. Ich will jetzt einfach nur noch raus aus dem Spiel. Tschüss. So Leute, das war's für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Abonnieren auch nicht vergessen. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und ja, bis auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.